So, weiter geht's mit Need for Speed und wir heute mit den Cubs. Was machen wir denn heute schönes? Was haben wir denn für euch heute? Oder was machen wir denn für uns? Schnellansatz, zwei haben wir noch, zwei Schnellansätze. Schon wieder ein Interceptor? Ich würde gerne mal wieder an einem Dings fahren, ein Halper Suite fahren. Ich habe auch so Dinger, ne, momentan. Hier ist noch ein, aha, Charged Deck, ein Halper Suite, den nehmen wir noch mal mit. Mh, nehmen wir den Cubs. Aber warte mal, haben wir den Lambo noch an Bord? Ja. So, dann auf geht's. Wir haben 10 MP, wir haben eine Straßensprende für ein komplettes Rennen. Sieben Autos, okay. Schauen wir mal. Meistens kriegen wir sie hin. Versuchen wir es einfach. Mal gucken, wie viele Gegner wir haben. 24,7 km. Okay, ich glaube, wir haben sieben Autos, ne, ne? Also vier müssen wir nur stellen. Wir haben eine Notfall-Situation auf der Oldman Valley. Das ist der Einzige, der jetzt hier unterwegs ist. Kontakt. Kontakt. TNP. 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 No, ich bin nicht nur dabei. Waren wir aber immer noch einen mit sich, bitte. TNP. 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 Scheiße, wir haben noch ein bisschen aus der Kugel gekürtet. Alle Eintricks, drei Gaben, die Ländliche Einsatz, wiederholen. Die Ländliche Eintricks, die Ländliche Einsatz, wiederholen. Die Ländliche Eintricks, die Ländliche Eintricks, 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 wiederholen. So, das war die Weifer. Die geht auf meine Strandgebirge. Die Ländliche Eintricks, die Ländliche Eintricks, wiederholen. Genau, der hier. Der geht auch nicht mehr. So, dann haben wir noch zwei Autos. So, dann haben wir noch zwei Autos. Oder sind wir vorne welche? Die gerade ein bisschen auf den Sack. Die gerade ein bisschen auf den Sack. Die hat sich gerade selber aufgeschaltet. Okay, holen wir. Warte, kontakt. Mein Vadi ist beschädigt. war mir klar drei autos insgesamt ich habe doch kein nachschub mehr an meinen freunden das war leider nur ein treffer ich glaube der macht uns keinen ärger mehr und das war der erst Weil Menikor wegweist. Ah, ich bin fast, dass der mir weg ist. Der ist mir weg, schade. Schade, den hätte ich so gerne gehabt. Ich war dran an dem Typen und dann hätte ich ihn gehabt. Okay, egal, sei es drum. Ich will keine Scheißstrafen, äh, Straftinger haben. Okay, wir haben hier noch mal eine gute Speed. Das heißt, okay. Okay, das kriegen wir hin. Dann haben wir nur noch die Racer morgen und dann sind wir auch durch. So, okay, gehen wir rein. Die sechs Autos sind es insgesamt. Und das hat irgendwie Gold gereicht. Aber gucken wir mal. Wir sehen ja noch ein bisschen was sein. 90,3 Kilometer. Drei gemacht, sagen die Leute, die es besser zu tun. Oh, wir haben alles an einer. Wir haben eine Aufmerksamkeit. Wir haben eine Aufmerksamkeit auf der Boulder Road. Das ist einfach so. Die Schriebe ist weg. Also, die Schriebe ist weg. Die Straße habe ich noch rausgekriegt. Schade. Schade. Roger, sind hinter den Verdächtigen her. Okay, wie wird sich das? So, das war unser fremde Tempo. Jetzt gibt es die Zeitung. Hier, mein Freund. Da wurde jemand mal nackerkratzt, um sich zufrieden. Verdächtiger hat das Nadeband umfahren. Wiederhole Verdächtiger, sie im Nadeband entkommen. Versorgung kommt. Waffensysteme aufgefallen. Verdächtiger, aber das ist ein Störwetter. Verdächtiger hat die Staten verabschieden. Für Festnahme vorliegen. Wiederhole Plan machen für Festnahme. Der Ausweichen. Ich hab aber auch diese Scheiß daran. Ich sehe die Wände und krieg die trotzdem nicht hin mit dem ausweichen. der ist der ist auch schon mal daumen Ich habe es! Grundverfolgung zu haben, Einsatzfrege haben wir oben. Nein, nein, nein. Ziel ist in einen Tunnel gefahren. Wir versuchen ihn auf der anderen Seite abzufangen. Ich glaube, das war nicht das letzte, was wir von denen sehen. Ja, ich erinnere mich auch nicht. Da ist er schon. Scheiße! Das Echtiger ist jetzt im Tunnel. Oh! 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 Fuck, der ist schon wieder nur einer, ey. Das kann doch nicht sein, dass ich immer einen verfehle. Also, das ist schon das dritte Mal hintereinander, dass ich bei der Modbus, den ich komplett den Verkehr lahmgelegt bekomme. Der hätte mich auch nur noch einkriegen müssen, aber der hat das echt gut gemacht. Scheiße. Ah. Ergert mich gerade. Ne Korvette haben wir. Ja, zweimal, dreimal jetzt wieder, weil er dich auf, immer wieder einer weg, der hätte nur einen kriegen müssen. Ich kam auch nicht davor, dass ich den irgendwie, äh, äh, dass ich ihn davor, naja, okay, egal. Dann machen wir hier das Dick zu mit dem Schnellhandsatz, wir müssen sie ja eh irgendwann fahren. Nehmen wir mal hier den 18 Convexione, äh, der Alfa Romeo. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier eine Strafe kriegen, bekommen. Drei Minuten drei brauchen wir, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer sich er gerade misst. Naja, okay, schauen wir mal. So, ich raf mich schon gleich. Ja, Antana Einheit, Interceptor Einheit hat den Einsatz auch bereit. Geht euch zurück. Ja. 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 Ja, das war wahrscheinlich ein bisschen zu, ein bisschen zu, ein bisschen zu. Ja, da fahren wir hier ständig den Tunnel durch, da ist keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit raus zu kriegen. Ja. 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 Ich hab den gar nicht erwischt, aber gut. So, ich schäle die Abkastung bei mir. Aber, ne, 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 ne. 3 Kilometer da noch. So. Wir wollten schon durch die Vorstelle durchfragen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, ganz gold. Oder? Ich müsste eigentlich noch gezählt haben für gold. Ja. Ich glaube es hat noch von der Zeit her gezählt, oder? 3, 2, 1, 60. Ja. Trotz der Zeitstrafe haben wir es auch noch am Ende gekriegt. Perfekt, wir haben das Ding auf gold. Oh, dann haben wir relativ viel auf gold gestartet. Also vier... Zumindest jetzt in den letzten sechs Rennen. Vier Stück auf gold, immerhin. Und die Racer ist das letzte, was uns heute noch fehlt. Dann sind wir durch.